Guten Morgen ihr Lieben, wir haben jetzt schon halb 8, seit halb 7 sind wir wach und heute geht's ab in den Europa-Park. Ich nehm euch mit und ich freu mich riesig, weil meine Mama kommt mit, die Schwiegermama kommt mit, meine Geschwister natürlich sind dabei und ah, voll toll war meine Mama, war glaube ich jahrelang schon gar nicht mehr mit uns da und ja, das wird ganz toll heute. Ich setze euch auch mal die letzten Vlogs, Follow-me-Around, Follow-Us-Videos dazu unten in die Infobox. Wir waren bisher jedes Jahr da, letztes Jahr sogar zweimal und für Milena wird's heute das vierte und ich freu mich einfach so. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. So, ich hab die Brötchen gerade aus dem Ofen geholt. Die ist natürlich noch mega heiß und ich sie grad, mein Basilikum geht leicht ein. So, die Sachen sind gepackt, das muss mit runter in die blaue Tolle und die Maus hat ihre, auch ihre Mausmütze an. Jena, Tränkischchen. Roman, weißt du, mit dem Ort ist das Ort ein bisschen da. Wie? Ich kann mich erinnern, da sieht man auch das Colosseum Hotel. Das ist für Halloween, glaube ich. Hexe, da will ich auch mal hingehen an Halloween. Aber Jessie hat Angst. Magst du nicht, Jessie? Nein. Ja, magst du Halloween nicht so? Los geht's! So schlecht ist es manchmal. Siehst du das? Willst du das auch fahren? Ja! Wir sind angekommen, wir müssen heute noch reinlaufen. Die fahren da schon fleißig. Jetzt fahre ich später auf, ich benehme jetzt 1,42. Oh, May darf jetzt fahren. Ich fahre es nicht. Stopp? Dann fahre ich nicht. Mal schauen. Wir fahren die erste Bahn. Und es ist die Meldewbahn. Meldewbahn. Juhu. 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 Wir fahren auch um hier. Das erste für mich zum Schreien heute. Also noch ist es langsam und schön gechillt. Wir gehen gleich runter. Oh Gott. Aber es geht noch. Es geht noch. Natürlich geht es. Wir fahren rückwärts, oder? Nein, wir fahren rückwärts. Oh Gott. Wenn es jetzt stehen bleibt. Nein, wir fahren vorwärts. Und wir machen die Kamera weg. Und wir machen die Kamera weg. Jetzt geht es runter. Hey, hallo. Das habt ihr nicht gesehen. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Jetzt, jetzt, jetzt. Es bremst noch. Scheiße. Das ist jetzt nicht so schön. Was ist das? Was ist das? Ja, ich bin nicht so schön. Was ist das? Was ist das? So, wir waren ja gerade beim Euromir, Milena ist mit meiner Mama ein paar andere Sachen gefahren in der Zeit, voll süß, hat sich voll gefreut. Und jetzt fahren wir mit einem Zug, oder? Wir fahren auf jeden Fall mal ein bisschen weiter. Und wo wollen wir jetzt hin? Silvester. Wir wollen jetzt erstmal was essen und trinken. Was glaubst du würde passieren, wenn wir mit einem Zug hier in die Waffe schneiden? Wohh! 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 Ich wollte filmen in Bluefire und die haben mir die Kamera weggenommen. Schade, naja. Na ja. Wir fahren jetzt... Wie heißt das? Wie heißt das jetzt? Und die Kamera steht bei der Nase. Ich bin geschützt. Ich hab so Angst. Das ist so typisch, dass ich... Nein, nein, nein. Hallo. Mein ganzer Schuss, ne? Ich liebe meinen Pum. Nein, nein, nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, nicht richtig. Oh Gott sei Dank. Oh Gott, Schöne. Oh, ich bin jetzt einfach. Ich hab gar nicht gesehen. Ich hab's gut gemacht. Voll jetzt die Weltmachterbahn. Ja, los geht's. Ah, beide Brallen! Es geht nach oben! Tessi macht die Kamera aus. Und es geht nochmal hoch. Ich werde so nass. Ich kann mich jetzt einfach strecken. Dann kommst du nicht! Oh Gott! Oh Gott! Die Kamera ist nass! Scheiße! Die sind eine Hummel! Warte hoch! Oh Gott! Oh Gott! Wirst du wegwärts? Du kämpfst hier weg. Die Kamera geht nach oben! Warte hoch! Dann klopst du da. Warte hoch! Warte hoch! Das war's für heute. I love you. So ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Es ist schon ziemlich spät. Jetzt wird nur noch geschlafen. Geh Schatzi, ab ins Bett. Ich hoffe es hat euch gefallen und sagt mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.